Ja, für mich ist Rassismus und Fremdenhass natürlich ein sehr trauriges Thema, weil ich nicht verstehe, warum Menschen so agieren. Ich kann mir vorstellen, warum man eine gewisse Ängstlichkeit entwickelt, wenn zu viel Neues oder Unbekanntes auf einen zukommt. Das kann aber aus ganz verschiedenen Gründen kommen, sogar im eigenen Feld sozusagen, dass man sich da überfordert fühlt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man sagt, niemand kann mich verpflichten, dass ich alles, was ich habe, mit allen Menschen auf dieser Welt teile. Ich will halt auch mitbestimmen, mit wem ich teile oder so. Aber was ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum Menschen ihre eigene Lebenszeit dazu verwenden beziehungsweise dazu sich selbst auch missbrauchen, mit ihrer eigenen wertvollen Lebenszeit Hass und Gewalt sozusagen in die Welt zu setzen, andere zu erniedrigen. Ich verstehe einfach nicht, ich verstehe es absolut nicht, warum Mensch so etwas tut. Und das ist für mich ein ganz absurdes Phänomen, wo ich vollkommen fassungslos davor stehe.